Einheit bereit. Infanterie-Trupp. Bereite Kontrollcodes vor. Gebäude eingenommen. Unsere Befehle. Einsatzzier erreicht. Neue Bauoptionen. Einsatzzier erreicht. Melden uns zum Dienst. Nachricht. Es scheint so, dass dieses Gebäude die Alien-Truppen-Kurlinien-Geheimdienstdaten aktualisiert. Mann, hier sieht's ja übel aus. Ja, aber die Gebäude sind wohl im Takt. Mais, die haben noch keine Energie. Das muss reichen, Soldat. Wir sollen hier eine Stadt erobern. Los, an die Arbeit. Ich bin unterwegs. Trooper stehen bereit. Neues Bonus-Ziel. Alles bereit. Unsere Befehle. Trooper. Commander. Ich hab, was ich brauche. Neues Bonus-Ziel. Jawohl. Unterwegs. Gebäude eingenommen. Bonus-Zielerstärkung und Ausbildung. Scharfschützen-Team, wo werden wir gebraucht? Scharfschützen-Team, wo werden wir gebraucht? Juggernaut erwarten... Juggernaut-Team, CETA-2 zur Stelle. Wollen wir diese Monster in den Boden? Ich hab, was ich brauche. Ist der Weg sicher? Einheit wird anwenden. Jawohl. Kommander, wenn wir die Fahrt schützen in Sichtweite der Alien-Basis... Energieversorgung des Schallimitters reaktiviert. Jetzt kann's losgehen, Sir. Nicht genug. Los, Jungs. Einheit wird verhalten. Das hat schon funktioniert. Dann krieg ich eine Krise. Es ist zwar leicht, das weiß ich auch. Danke, aber... Trooper. Verstanden. Nagel sie fest. Auf sie. Warme abgeschützt. Unterwegs. Nimm das. Es geht los. Angegriff. Wir sind hier. Okay, nein, ich hab mein Commander verloren. Schade. Angriff Position. Zugehentlich Energie. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Unsere Basis wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Wird gebaut. Unsere Basis wird angegriffen. Wird repariert. Wird repariert. Ich finde es spannend, wie viele Probleme die Schallimüttern haben. Ausbildung. Wird gebaut. Wird gebaut. Ausbildung. Mobile Artillerie. Irgendwie ist das ein bisschen krass, aber gut, äh, es hilft mir. Unzureichende Mittel. Näää. Auf zum Tiberiumfeld. Lader bereit machen. Nää. Lader bereit. Dann mal los. Unterwegs. Nähe in uns Tiberiumfeld. Wird repariert. Was tun ist ne gute Verordnung. Wird gebaut. Vorsicht. Soll ich da noch paar Türmchen stehen hab? Habe ich ja ein bisschen Luft. Unsere Basis wird angegriffen. Ja, es ist nicht viel Luft, aber ein bisschen was habe ich. Wird repariert. Wird repariert. Wird repariert. Wird repariert. Warten auf Einsatzbefehl. Mal schauen, was ich da finde. Wo werden wir gebraucht? Die Waffenplattform wird auch nicht aufgebaut. Wo werden wir gebrauchen. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Ausbildung. Landvermesser wäre ganz praktisch jetzt, glaube ich, weil... Die trauen sich nicht mal mehr raus. Weil dann kann ich hier vorne noch ein paar Türmchen bauen. Und das wäre natürlich jetzt vorgezogene Verteidigungslinie. Episch bis legendär. Wird repariert. Unsere Basis wird angegriffen. Wird repariert. Jetzt kann ich sie mit Luft anhalten. Wieso war das eigentlich abzusehen? Ich glaube, es hackt. Bau abgeschlossen. Wird repariert. Komm schon, schneller aufbauen. Scheiß Landvermesser, gib Gas! Wird gebaut. Ausbildung. Das ist eigentlich krank, was ich hier mache, aber okay. Feindliche Einheiten in Sicht. Bau abgeschlossen. Feindlichen Stützpunkt in Sicht. Das ist einfach nur total krank, was ich hier abziehe. Aber hey, es funktioniert dann schreckend. Feindliche Einheiten in Sicht. Bau abgeschlossen. Mammut einsatzbereit. Das ist gar nicht so. Viel zufrieden, wenn wir das jetzt nicht in den Tiefen zu tun haben. Das ist ein schwerer Teil. Du kannst das. Das ist wahr. Das ist ein schwerer Teil. Äh, woher man? Oh, Schiss. Wieso das? Die Angst habe ich eben auch. Wird einsatzbereit. Wird repariert. Feindliche Einheiten in Sicht. Bereit. Unaufhaltsam. Da brauche ich jetzt nicht mal die Railgun führen. Gebäude online. Das hat nicht gerecht. Gebäude offline. Unzureichende Mittel. Gebäude offline. Gebäude online. Wird repariert. Feindliche Einheiten in Sicht. Wenn ich jetzt sammle mich. Kann ich die Fahler ausnehmen? Meine Befehle? Ja, Sir. Ähm... Feindliche Einheiten in Sicht. Mammutpanzer bereit. Auf dem Weg. Einheit wird angegriffen. Brücke vor. Was zum... Ist klar. Was blöderes ist denn nicht so... Meine Befehle? Okay, wir haben alle fünf Mammuts fertig. Mammut rückt vor. Alle meine Mammuts gehen über die Brücke. Gehen über die Brücke. Da kommt das blöde Schlachtschiff und reißt die Brücke weg. Äh, ja. Unsere Basis wird angegriffen. Wird repräsentiert. Oh, es ist nicht mehr weg. Guten Morgen. Wird repräsentiert. Ein Held wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Wird repräsentiert. Oh, ups. War das Stageland-Segaschiff da? Hoppla. Unbesiegbar. Bau abgeschlossen. Auf zur Front. Völlige Überlegenheit. Die bleiben halt genau an der Grenze stehen. Die Sacken sind nicht zu weit. Wird gebaut. Mammutpanzer bereit. Was für ein Spaß. Einheit wird angegriffen. Greife an. Feindliche Einheiten in Sicht. Bau abgeschlossen. Unbesiegbar. Wammutpanzer bereit. Nähere mich. Einheit wird angegriffen. Los geht's. Verdammt. Verteidigungsanlagen. Verteidigungsanlagen. Ich bin auch so gut. Vergesst einfach, was ich gesagt habe. Meine Befehle. Brücke vor. Feindliche Einheiten in sich. Ja, Sir. Nähere mich. Ausbildung. Ausbildung. Mammutpanzer. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Auf Sie. Einheit wird angegriffen. wenn ich den ausschalte, ist es vorbei mit den ganzen Staaten und dann halt ich komme auf dem Weg los geht's so einfach wär's die Beliebung, das gibt's doch nicht egal, treff drauf wir haben es geschafft, auch wenn es leicht kommt ich mach die GDI irgendwie nicht, was soll ich machen zurück zum Mars, oder wo immer ihr herkommt zurück zum Mars, ist klar Mission erfolgreich einfach nur episch 17 Minuten hätte der Spaß dauern können wir haben letztes Mal eine halbe Stunde herum geschissen und das ist mal auch fast für eine ganze mehr als eine Stunde oh Gott, nein ok, ja, es ist noch Bronze aber bei den GDI lass ich mir das gerne vorwerfen bei den Not dann weniger BERN erstmal speichern LP Kampagne GDI das ist unglaublich, Commander der größte Teil Deutschlands ist befreit und sie konnten die Invasoren zurückschlagen machen sie aber weiter Druck die Invasoren sammeln sich in der Nähe von Bern in der Schweiz, wir wissen nicht warum aber es könnte ihr letzter Kampf sein wenn sie kämpfen wollen, geben wir ihnen die Chance schicken wir diese Alienfreaks mit eingeklemmtem Schwanz wieder in die rote zone zurück Du hast groß das Maul aufzureißen die ganze Zeit im Hintergrund die ganze Zeit nichts gemacht außer blöd geredet aber mich gegen ein vielleicht total friedliches Volk auch so aufhetzen dass wir einfach nur falsch verstanden haben vielleicht wollen sie uns einfach nur bessere Wohnmöglichkeiten geben und planten deswegen unsere Städte aber nein, wir müssen sie sofort besiegen es ist doch da vielleicht spielen die einfach nur mit uns und wir verstehen es komplett falsch Willkommen in der Eingmarlinge Heimat der 3D Eich an der Gelbmutzung